Habe ich jetzt den Schatz denn überhaupt noch? Jo, ich noch. Ja, heh, heh, heh. Ja, Tenzin, sag was. Wohin? Geschafft. Ach so. Ah, das wird gehen. Und eins und zwei und... Juppidu! Und endlich gehen wir auch mal vor und nicht Tenzin. Ha, ha! Naja, ob das so vorteilhaft ist, dass... Goddammit, das ist aber auch eine Kletterpartie. Oh Gott, nicht nach unten gucken. Eine Treppe. Oh, langsam wird's interessant. Ja, weil... Sonst gab's hier nicht... Kapitel 18, Herz aus Eis. Sind wir jetzt bei Elsa aus Frozen hier oben irgendwo? Oh. Lächeln, du bist auf YouTube. Genau so. Ah, perfekt. Ist doch schön, wenn... Genau das eintritt, was man den Leuten hier im Spiel sagt. Wieso so schnell hergekommen, Tenzin? Ach, stimmt, ich hab mich mit der Statue unterhalten. Wow. Ja, ich hab mich mit der Statue unterhalten. Ja, ich hab mich mit der Statue unterhalten. Ja, ja. Um was wollen wir wetten, dass wir zu dieser Statue müssen? Ja, ha! Ja, Gegenfrage! Tenzin, stell dich auf den anderen Hebeln! Ja, dann jetzt. Sagst du so lange? Äh, und was jetzt? Ja, einfach mal hochklettern. Oh, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Realtime abläuft. Oder einfach nur, je weiter ich bin, umso besser für uns. Und jetzt hier mal runter. Ja. Ja. Gottes Willen, nee. Brr. Nicht mehr normal. Ich geh erstmal nach unten. Okay, hier unten geht Storyline technisch weiter. Ich geh erstmal nach oben. Wenn sie etwas niedriger wären, könnte ich da raufklettern. Kann ich hier nicht irgendwie... Hm. Anscheinend nicht. Da muss hier unten ja irgendetwas sein. Tenzin, leg den Schalter um! Genau, leg ihn um! Mach ihn fertig! Ja. Ah. Nein. Ah. Hm. 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 Nein, Drake! Und... Und... Genau so und nicht anders. Ich dachte gerade schon, wo fehlt der hin? Puder, aber hier... Wer es mag... Wer es mag... So... So... Okay... Okay... Rüber da! Puh... Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt... Alter, das sind Kletterpassagen, die sind nicht mehr normal! Klar, Tenzin, nimm den leichten Weg! Ja, Tenzin, nimm den leichten Weg! Na, Drake! Na, Drake! Das Spiel ist mir eine sehr große Hilfe momentan nicht! Okay, das war nicht gut! Okay, das war nicht gut! Seriously? Die ganze Kletterpassagen normal! Drake! Stell dich nicht döver an, als dass du wirklich bist! Aber jetzt weiß ich, wie es muss, weiter geht's! Ja, und äh... Ja, nein! Da ist nichts auf der anderen Seite, wo ich ran springen könnte! Entschuldigung, das wollte ich jetzt unbedingt einfach mal machen! Achso, ich muss wahrscheinlich da an das Seil ran! Jaaaa! Jaaaaa! Jaaaa! Ach, Gott, der mit den Schatz hat... Ich... ... ver... ... ... ver... ... ... ... Hau kurz in der Luft, einfach mal so'n Schatz einsammeln! Jaaaa! Alles gar kein Problem Ja Oder Ah Geschnallt Geschnallt Ha Ha Tenzin macht es sich ganz leicht Der Komiker der Aber eigentlich ist Drake ja unser Komiker Ich habe den Schatz verpasst Das gefällt mir schon wieder nicht Ach egal Mich ergab es trotzdem Ja 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 Du sagst einfach mal ja ja Oh ich hatte doch Na toll Na toll Wie soll ich da jetzt rüber kommen Wie immer wir nehmen einen Umweg Na Jetzt musst du irgendwie rüber Am besten auf die harte Tour Ja Oh wir dürfen wieder Schwingen dein Ding spielen Eins meiner Favoriten Würde ich hinzufügen Also das Schwingen das Ding Das war jetzt toll Das hat das Spiel jetzt nicht vor Oder Doch es hat es vor Ach fahren wir mal ein bisschen Aufzug Ein bisschen Zumindest Na Drake Okay Da werde ich jetzt nach unten müssen Gott Den letzten Parts sind wir ja nur noch am Klettern Absprung Und rüber Weil das Wasser ist definitiv Zu kalt Ja Ja äh Nee ne Drake Nein Nicht Nasse Füße kriegen So ist gut Und jetzt links Scheiße Nee Drake Das ist nicht Scheiße Das ist größter Bock Mist Den er da Getätigt hat Weil Warum Warum ist er da so Du sollst da hoch Mann Ich finde das immer gut Dass die ganzen Ja hast du was gesagt Hey Tenzin Ah na wundervoll Das soll ja wohl ein Witz sein Nee ich glaube das ist deren voller Ernst What Warum Was sollte denn der Bock Mist jetzt Tschüss.